Okay, wir sind jetzt weg. Entschuldigung, Entschuldigung. Da sind wir. Die Aufnahme läuft. Und ja, wir verfolgen unseren Feind und sind ziemlich weit weg von zu Hause. Und ja. Weiß ich nicht. Ihr dürft ruhig was sagen. Mit dabei, äh, stimmt. Zocker, Bane, Killer, alle mit dabei. Oh ja, das Schiff brennt. Das Dampf, aber. Ach so. Das sind nur die Abgase. Das ist die Uniform. Ihr habt, du solltest vielleicht bremsen. Heute sind wir mal mit einem kleineren Schiff unterwegs, weil, ja, die anderen sind ja noch in Reparatur nach unseren. letzten Ausflügen. Und ich sehe gleich einen Einschlag, wenn das so weitergeht. Ja, ich auch. Genau. Ich glaube, ich werde mich mal in meinen Jäger retten, bevor wir hier platzen. Hey, scho. Ja, das wäre eine gute Idee. Mach mal Hangar auf. Ja, besser ist das. Kann ich nicht. Keine Ahnung. Und abdocken. Ich habe da viel zu viel Angst. Ja, das sollte jetzt nicht schief gehen, dann wird nach Hause kommen irgendwie ein bisschen ein Problem, ne? Ja, passt doch, passt doch, passt doch, alles neu. Passt doch. Passt doch, alles ist neu. Boah. Das Ding geht runter mit Vollgas. Soll ich das Stück hier oben lassen, einfach? Weiß ich nicht. Kannst du ohne Probleme landen? Ja. Weil vielleicht sollten wir ja erst mal ein bisschen erkunden. Ich lasse das hier oben mal stehen, okay? Ja, dann gehen wir mal runter, dann könnten wir ja zu Fuß mal schauen, was da hinten so abgeht. So. Ah, heute machen wir echt mal mit kleinen Schiffen unterwegs. Ja, das ist auch ein seltenes Vergnügen. Äh, Killer muss auch noch runterkommen. Ja. Äh. Okay. Hm? Nö, nur so. Ihr seid alle so weit, äh, vorn. Also, ne, nicht alle, aber du zumindest. Ja. So. Ein Fernglas wäre geil. Hm. Kommen wir zu meiner Position. Ach so. Warte mal, wo bist denn du? Da hinten. Ah, dann wird auch noch entfernt. Ja, ich habe alle Signale aus, deswegen. Nee, ich kann meine Signale anmachen, ich sehe aber komischerweise nichts. Hm. Ja, ich bin in der vorletzten, äh, ja, Bane, weiterlehnen bin ich. Hm. Geht's hier auf den Kamm hoch. Ah, da hinten. Äh, letzter Kamm vor dem Krater. Mhm. So. Sammeln, oder? Auf jeden Fall. Mal lunzen. Mhm. Oh ja. Ja. Oh, das schaut aus wie das Schiff, was wir von der einen Station. Ja, aber es sieht auch nicht mehr so gut gesund aus. Nö, ein bisschen dampfen tut's auf jeden Fall. Da liegen Fragteile. Fahrzeug, aber keine sichtliche Verteidigung. Die Frage ist nur, ob das... Zu Fuß sollte man da vielleicht nicht reinfliegen, oder? Nein, insbesondere wegen dem Schiff, das haben wir jetzt noch nicht schwer genug beschädigt. Ich denke mal, das sind die Großstelle der Waffen noch aktiv. Dann würde ich sagen, dann zerstören wir ja als erstes das Schiff. Oder setzen es zumindest außer Gefecht. Ja. Definitiv. Überflugangriffe mit den Jägern, oder wie wollt ihr's machen? Ja, ist glaube ich das Beste, weil... Ohne... Also, wir können das große Schiff nicht benutzen, weil wenn da die Jump Drives nicht mehr sind, dann kommen wir nicht mehr zurück. Da hinten... Da hinten startet irgendwas. Was? Da hinten startet was. Wow. Naja, kleiner Jäger. Naja, ich als Fußgruppe hier vorne macht's echt nicht schön. Ja, da fliegt was. So muss ich angreifen. Gleich drauf halten. Natürlich drauf. Ja, unser großes Schiff fehlt vielleicht mit. Oh. Wow, 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 wow. Ich kassier Treffer. Boah, die Dinger haben scheiß Raketenwerfer. Na, Jäger, wo bist du? Uah. Ja, wo ist die Dinger, die Dinger ist knapp da an meinem Jäger vorbei. Okay. Mein Cockpit ist, äh, im Arsch. Aua. Aua. Ja, Health Critical ist jetzt nicht so geil. Zehn Prozent noch. Na gut, jetzt wird das große Schiff mit haben. Ja, das nimmt uns ein bisschen ab. Ja, aber ich verfolge gerade einen Jäger. Pfff. Ich komm dir zuerst. Können wir den mal bitte eben mit der Suche rausnehmen? Ja, ich muss mich kurz aufladen. Ja, ich muss mich kurz aufladen. Ich glaube, der ist aufgeprallt auf dem Boden. Und jetzt fliegt hier noch ein Jäger. Doch, jetzt fliegt er nicht mehr. Ja, er ist zum Boden gefallen. War das dann alle? Wow, da kommt noch einer. Ja, hab ihn gesehen. Ich seh da hinten auch noch einen. Er ist aber irgendwie komplett an uns freigeflogen. Nur den hier. Großes Schiff ist am Schießen. Jo, jo. Ich hab uns ein bisschen rangebracht. Sehr gut. Noch einer? Hier hinten fliegt doch was. Wo? Was? Wie? Das blödeste, ich kann mich nicht mehr aufladen. Irgendwie. Ich hab ne Idee. Ja. Habst du im letzter Leg, oder? Na? Ist beschädigt. Nee, dein Cockpit ist nicht. Oh, okay. Dann haben's noch drauf geschossen. Wollen wir uns jetzt das Schiff holen? Ja, komm mal machen. Das Schiff bekommt schon noch. Gerade war noch vorher noch nach. Kriegt schon Feuer, jo? Ja. Ich hab halt nicht mehr viel Leben, ne? Äh, wo bist du? Äh. Noch ein Stück weiter hinten. Warte mal. Da bist du. Ja. Warte. Ich steig gleich aus, dann steigst du bei mir mal ins Cockpit ein. Jetzt zu Fußball, oder? So, steig ein. Kannst dich, glaub ich, wenigstens aufladen, denk ich mal. Hm. Ja, alles bis auf Leben. Ja, aber... Ah, doch, das geht ganz langsam. Ja, immerhin. Ich hab beim Jäger eben auch keinen Beschuss mehr bekommen. Was ist denn da hinten mit dem Auto? Wenn es nicht auf uns schießt, machen wir gar nichts. Ja, genau. Da passiert auch nichts. So. Sind die Geschütze am Schiff ausgeschaltet? Nicht alles zerstören. Wir brauchen ja Daten. Ja, das stimmt. Ja, müssen wir das große Schiff mal wegsch... Weg... Ich flieg das mal ein Stück weg. Die letzten Geschütze sind weg. Da sind Drohnen. Da sind Drohnen. Oh. Dann greif sie an. Ja. Ein paar mehr. So, das Schiff ist mal außer Reichweite. Das wäre sehr freundlich, wenn einer aus dem Jäger Drohnen angreifen würde. Ja, warte. Das können wir mal an. Ich hab alle Drohnen weggezogen, die ich sehe. Nein, das lebt noch nicht. Jetzt nicht mehr. Da ist noch einer. So, die bewegt sich sicher nicht mehr. Wow. Das ist echt gemein, Sacka. Die Gendlings müssen, sollten wir vielleicht noch weg. Nicht, dass sie vielleicht noch ansehen. Welche Gendlings? Wo? Ja. Schaut gut aus. Sind alle weg, so wie es aussieht. Aber ich werde immer noch anwesend von irgendwas. Hm. Das Schiff scheint außer Gefecht zu sein. Ja, da geht nicht mehr viel. Der Rover da hinten macht auch nichts mehr. Also der ist auch komplett fällig. Oh, das hat mich einfach noch nicht gesehen, was mir anballern kann. Ja, dann Rover mal abchecken, glaube ich, bevor wir... Der große Rover, da ist nichts mehr. Okay, ich hab keine Raketen. Aber so wie es aussieht, ist das ein automatischer Bohrer. Ja, haltet doch mal mit den Jägern bitte, ähm... In Himmel frei, falls was kommt. Ja. Ja, das schaut ein Bohrer aus. Hm. Aber so wie es aussieht, ist das ein vollautomatisierter, oder? Ja. Und eine... Äh, so wie es aussieht, sehr tief bohren kann. Das wäre was, was man kapern könnte. Ja, sowas bräuchte man. Ja. Gut, äh... Ich glaube, wir sollten uns vielleicht erst mal da die Station angucken, oder? Ja, gut, ja. Muss nochmal nachladen. Ja, hinten gehen Treppen hoch, oder? Äh... Irgendwas schießt. Was? Ich glaube, irgendeine Drohne hat überlebt. Die hat gerade mit mich geschossen. Ich bin fast tot. Ja, hinten beim Schiff. Boah. Okay, da ist wahrscheinlich nichts mehr übrig. Ah, da hinten sind Treppen, ja. Geschütze ist außer Gefecht. Ja, beruhig dich. Oh. Ja, das... Ja, das... Hätte mich sicher wieder getroffen. Ähm... Alt und rostig. Die steht hier schon länger. Hier ist noch ein Rover drin. Hm. Mhm. Transporter. Bleib, ich bleibe im Schiff. Ja. Ne. Jetzt sind die Türen zugegangen. Ach so, das hilft uns ja auch nicht, ne? Wow. Ah ja, Frau. So geht's auch. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, bitte nicht. Ja, die haben auf jeden Fall einen sehr komischen Musik geschmacken. Ja, aliens halt, oder? Ja. Wow. Oh, da steht auch noch was Nettes drin. Kommt hier weg, soll ich's aufschießen? Ja. Flackert irgendwas. Also ich seh das von oben. Ja. Seh ich auch. Oh, da ist vielleicht noch mal ein Molkorn vorgekommen. Boah. Die will einfach nicht kaputt gehen. Dann passt auch nicht wegen, dass da noch Geschütze irgendwo sind. Ach so, ja. Stimmt. Im Fall geht mir das Gebugel sehr auf den Sack. Ja, mir auch. Das ist nur ein Rot von dort. Ah, da wird's rausgehen, weil das ist ne doppelte Schleuse. Ah. Oh nein. Oh, ich kann mich aufladen. So. Ich hab's gefunden. Das sind... Ausschalten. Ah, da sind Disco-Lichter da oben. Ich hab's gefunden. So. War eingebaut an der Seite. Also hier ist auch noch ein netter Rover. Ja. Ich hab hier die Türen schon alle aufgemacht. Das sind nur Ausgänge. War hier hinten eingebaut irgendwo. Da hinten drinne. Ja, ist eigentlich immer so schön. Man entfernt sich nicht von seinen Einheit. Ja. Eigentlich nicht. Er ist schon wieder voll unterwegs. Boah. Ja. Ja.